Hallöchen! Heute gibt es ein Trial Chapter mit Lisa. Lisa ist meine beste Freundin, die werdet ihr später noch am Telefon hören. Ich würde das Ganze gerne ein Stück weit etablieren und häufiger mal mit einbauen als Format, denn ich merke, dass mir mein riesengroßer Sock, der auch wunderschön ist, ich möchte mich gar nicht beklagen, dass der mich momentan manchmal ein bisschen erdrückt und ich deswegen schauen möchte, ob es mir hilft, so ein bisschen reinzulesen und dementsprechend dann auch auszusortieren, beziehungsweise werde ich natürlich auch noch meine beste Freundin fragen, die definitiv was weiß in Sachen Büchern, denn sie liest selbst gerne und hat einen erfolgreichen Bookstagram-Kanal und zwar unter Zeilengewitter findet ihr sie. Schaut da gerne mal rein, sie macht da ganz tolle Sachen. Das Ganze hat begonnen, als ich gestern mit ihr telefoniert habe und ich dann sehr, sehr, sehr angetan war von der Idee und direkt anfangen musste, beziehungsweise seht selbst, was sich gestern ereignet hat. So, als kleiner Werbeblock kommt hier noch von mir, dass ich hier ein Oberteil von Sea Shepherd anhabe und zwar deswegen, weil ich mich in der letzten Zeit viel damit auseinandergesetzt habe, mit dem Thema Meere und was in den Meeren lebt und was wir Menschen so mit den Meeren tun. Ich selbst wusste nicht so viel darüber, muss ich gestehen, und habe dann Sea Spiracy, eine Dokumentation darüber gesehen und war wirklich sehr, sehr geschockt. Denn ich wusste das alles nicht und ich fand es sehr gut, dass es so einmal auch auf den Tisch gebracht wird und einmal zumindest viele Themen angesprochen werden, ohne natürlich alles behandeln zu können und auch zu müssen, würde ich mal sagen. Denn am Ende des Tages zählt ja, dass wir uns erstmal damit auseinandersetzen und dann uns da weiter informieren, was uns interessiert. Und in dem Fall war es so, dass natürlich auch Sea Shepherd drin vorkommt, denn Sea Shepherd ist die einzige Organisation, die sich weltweit dafür einsetzt, dass in den Meeren mehr Gerechtigkeit herrscht und dass nicht so viele Tiere, vor allem, um ein Beispiel zu nennen, Delfine bei dem Fangen von Thunfischen zu Schaden kommen oder sterben. Die allermeisten verenden, werden aber oft auch quasi stark verletzt, wieder ins Meer gekippt. Und ja, Sea Shepherd setzt sich für verschiedenste Aktionen ein. Ich finde das super toll. Das ist natürlich oft auch sehr angriffslustig, sehr provokativ, sehr offensiv. Aber ich finde das gut, denn ich glaube, das brauchen wir, gerade nach dieser Dokumentation, habe ich den Eindruck, das brauchen wir sehr in unseren Weltmeeren. Deswegen würde ich euch einmal bitten, wenn ihr die Möglichkeit habt, und ich glaube, die ist fast jedem freigestellt, spätestens über irgendein grobe Abo, dass ihr euch einfach mal Sea Spiracy anguckt. Das sind meines Wissens 90 Minuten eurer Lebenszeit. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und das, egal, was ihr aus dem Meer esst oder auch was ihr nicht esst, das ist völlig unabhängig davon, denn ich habe in meinem Leben noch nie Fisch oder Meeresfrüchte gegessen. Ich habe, wenn überhaupt, das kann ich an einer Hand abzählen, die Male, die ich Fisch oder irgendwas dergleichen probiert habe. Das heißt, es geht gar nicht darum, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, der irgendwas Bestimmtes ist, sondern mir geht es darum, dass man sich einfach mal informiert. Ich habe daraufhin entschieden, dass ich gerne das auch tragen möchte, denn mit dem Erwerb von so einem Pullover zum Beispiel unterstütze ich natürlich auch die Organisationen, die vollkommen auf Spenden basiert. Und das ist für mich immer noch unfassbar, dass so eine wichtige Organisation, und es gibt wahrlich sehr viele wichtige Organisationen auf diesem Planeten, aber trotzdem, dass diese Organisation natürlich viel Unterstützung kriegt, es aber nie genug sein kann, meiner Meinung nach, denn die muss so viel leisten. Und ich finde, ich fühle mich sehr wohl damit, wenn ich zumindest mit dem Kauf von entsprechenden Klamotten was tun kann, und ich finde sie auch noch schön und gemütlich. Das heißt, wenn ihr in den nächsten Videos auch immer mal wieder Outfits seht, auf denen Sea Shepherd draufsteht, dann genau deswegen, weil ich sie auch gerne öffentlich zeigen möchte, weil diese Aufmerksamkeit darf auch hier auf Booktube stattfinden, meiner Meinung nach. Denn unseren Planeten geht uns alle was an, denn wir wollen alle noch darauf leben. Ich sage mal so, es sind hier nicht alle gleich alt auf Booktube, und das ist auch gut so, dass so eine Diversität herrscht, dennoch werden wir alle länger als die nächsten 20 Jahre vermutlich auf diesem Planeten leben wollen, und das hoffentlich auch, ja, mit guten Voraussetzungen. Und das kann passieren, wenn wir uns dafür einsetzen für unseren Planeten. Deswegen hier an dieser Stelle, dieser Werbeblock rund um Sea Shepherd, Sea Spiracy, ich bitte euch alle, das wie gesagt einmal anzuschauen, euch eure Gedanken dazu zu machen, und dann vielleicht auch entsprechend zu handeln. Ich würde mich freuen, und erzähl das gerne weiter, denn ich finde diese Dokumentation wahnsinnig wichtig. Meiner Meinung nach sollte sie jeder einmal sehen, am besten schon in der Schule. Ich bin darauf gestoßen, dass ich meine ABC Challenge doch eine ganze Weile ziemlich vernachlässigt habe, dementsprechend wollte ich mir anschauen und wirklich reinlesen, welche Bücher könnten mir da gefallen. Und ich habe in jedes Buch reingelesen, und ich werde definitiv auch einen Großteil davon noch ganz lesen, habe ich zumindest für mich jetzt gerade entschieden, aber es gibt auch ein paar Bücher, ein kleiner Stapel, die werde ich eventuell nicht lesen und eventuell jetzt auch schon direkt aussortieren. Das Ganze erlebt ihr gleich mit Lisa und mir. Lisa ist am Telefon, hoffentlich gut verständlich für euch, und dann werden wir mal schauen, ob Lisa meint, dass ich diese Bücher behalten sollte, oder lieber aussortieren. Hallo! Hallo! Kannst du mich gut verstehen? Ja. Okay. Gut. Es halt bei mir zurück. Also ich höre, was ich sage, höre ich um so eine Sekunde verzögert, und dann kann ich mir nochmal anhören. Okay. Ich lese dir jetzt einen Klappentext vor, und, genau, und du sagst, was du davon hältst, ob ich das lesen soll oder eher nicht. Aber du machst das, wie wir es besprochen haben, ne? Kein Titel, kein Autor, nicht. Genau, nur ein Klappentext. Genau, nur ein Klappentext. Und teilweise werde ich auch die Namen, glaube ich, ersetzen. Quasi. Das brauchst du nicht. Ich bin so schlecht mit Namen merken, dass ich das nicht erkennen werde an den Namen. Okay, dann ist gut. Dann leg los mit Buch Nummer 1. Ja. Als Amys große Liebe Noah an einer seltenen Krankheit stirbt, bricht für sie eine Welt zusammen. Der einzige, den es noch schwerer zu treffen scheint, ist Noas bester Freund Kyle. Beide glauben sie an dem Verlust zu zerbrechen, dass Noas Mutter ihnen einen Brief überreicht. In diesem bittet Noah sie darum, seine Bucketlist mit all den Dingen, die er gerne noch erlebt hätte, abzuarbeiten. Verbunden durch ihre Trauer und diese Aufgaben entwickelt sich zwischen Amy und Kyle eine tiefe Verbundenheit und sie finden gemeinsam den Weg ins Leben zurück. Bis Kyle einen folgenschweren Entschluss trifft, der nicht nur sein, sondern auch Amys Leben für immer verändern könnte. Okay, also. Zum Thema Bücher über Bucketlist. Das war ja vor ein paar Jahren ein richtiger Hype drumherum. Und dann kamen ganz, ganz viele Bücher raus, die sich um das Thema Bucketlist gedreht haben. Das Problem bei diesen Büchern, was ich sehe, ist, dass die alle irgendwie gleich sind. Also es ist alles dieselbe Story, nur wurden die Namen und die Settings verändert. Das heißt, es klingt gut von der Story her und ich weiß auch, dass dir das gefällt. Aber ich weiß auch, dass du, wenn du jetzt noch zehn andere Bucketlist-Bücher zu Hause hast, dass du die nicht alle lesen wirst. Ja, weiß ich auch. Deshalb muss man schauen, wie viele Bucketlist-Bücher du zu Hause hast. Und dann, wenn es zehn sind, würde ich mal mindestens die Hälfte davon aussortieren. Also zehn sind es nicht, aber ich weiß, dass ich noch mehrere habe. Und ja, es ist ein bisschen... Also ich weiß es wirklich nicht, ob ich das noch lesen will oder nicht. Also ich würde das jetzt mal auf den Vielleicht-Stapel packen und dann schauen, wie die anderen Bucketlist-Bücher sind vom Klappentext her. Und dann entscheiden. Auch mal reinlesen, wie ist der Schreibstil der Autorin oder des Autors. Okay. Das Buch, damit du es auch weißt, die Auflösung ist von Mia B. Myers Bucketlist bzw. Zurück ins Leben. Mhm. Nur damit du auch mal den Titel hast und den Autorin. Okay. Buch Nummer zwei. Hayley DeLuca hat einen Plan. Die Zeit, in der sie sich zu Hause verkochen und vor der Welt versteckt hat, ist vorbei. Sie will mutig sein und sich all die Dinge trauen, vor denen sie sich früher immer zu sehr gefürchtet hat. Doch dann lernt sie Chase Bittaker kennen und weiß augenblicklich, dass sie ein Problem hat. Denn mit seiner charmanten Art weckt Chase Gefühle in ihr, die sie eigentlich niemals zulassen dürfte. Und nicht nur das. Er kommt damit ihrem dunkelsten Geheimnis viel zu nahe. Ich würde, also wenn es um mich gehen würde, würde ich sagen, behalten. Mhm. Aber weil es um dich geht, würde ich sagen, outsortieren. Das ist so eine typische New Adult, Young Adult Geschichte, wo ich weiß, dass du davon enttäuscht sein wirst. So, das ist dann irgend so ein Drama, wo es total aufgepauscht wird und wo du dann im Nachhinein drüber sagst, ernsthaft, darum machen sie sich jetzt Gedanken. Das ist meistens bei den Büchern so. Mich persönlich stört das nicht. Ich mag das zwischendurch ganz gerne mal lesen, aber ich weiß, dass mich dich unwahrscheinlich aufregen wird. Okay. Du wirst diese Meinung nur nochmal bekräftigen, vermutlich, wenn du weißt, um welches Buch es sich handelt. Und zwar um Falling Fast von Bianca Yosi Wu. Nee, nein, sortier es aus. Okay. Das Nächste. Definitiv. Es ist ein Kurzschluss der zwei Lebenswelten, die sich sonst kaum berühren, aufeinanderprallen lässt. Die eines erfolgsverwöhnten Anwalts und die seiner illegal beschäftigten Putzfrau. Was dann passiert, bedeutet für beide den völligen Verlust von Selbstverständlichkeiten. Klappentext sagt gar nichts aus, ne? Das kann alles so nicht sein. Ich kann dir auch den Innen vorlesen. Ja, lese dir den Innen mal vor. Für ihn läuft alles prächtig. Er steht vor dem ganz großen Deal. Zwar muss er vorher den Seniorchef seiner Kanzlei ausbuten und nebenbei ein üppiges Schwarzgeldkonto in der Schweiz auflösen, aber auch das wird er in den Griff bekommen. Seine Putzfrau lernt er nur kennen, weil sie in seiner Wohnung von der Leiter fällt. Als sie im Krankenhaus erwacht, kann sie sich weder an ihren Namen erinnern noch ihn schreiben. Während sie ungläubig der Frau, die sie einmal gewesen sein soll, nachforscht, erfindet sie sich neu. Dabei entwickelt sie ein Selbstbewusstsein, das ihn zunehmend fasziniert und verunsichert. Ist das New Adult? Das ist so eine Mischung, ne? New Adult, Krimi, so. Eher einfach nur Roman. So ein Mischmasch. Also, die sind nicht so jung. Glaube ich. Ja, New Adult ist ja auch nicht jung. Young Adult sind ja die ganz, ganz Junge. Achso, das check ich ja nie. New Adult kann gut auch mal so Mitte, Ende 20 sein. Ja, keine Ahnung. Wie alt ihr am Ende seid? Aber ist ja auch egal. Ja oder nein? Ich würde es auf den vielleicht stapeln. Ich würde mal reinlesen, wie der Schreibstil ist. Es wird jetzt keine, also vom Klappentext her hat es mich jetzt nicht so wirklich angesprochen. Ich hatte es in der Buchhandlung nicht mitgenommen, aber wenn es dich angesprochen hat, dann lies einfach mal rein, so ein, zwei Kapitel, je nachdem wie lang die sind, um zu gucken, wie der Schreibstil ist. Meiner Meinung nach wird es keine Geschichte sein, die dich total vom Hocker reißt oder die dir ein Leben lang im Gedächtnis bleiben wird. Es handelt sich um Eva Baronski manchmal rot. Kennst du vermutlich gar nicht den Titel oder die Autorin? Nein, sagt mir gar nicht. Ich habe das damals, als ich in der Buchhandlung gearbeitet habe noch, da habe ich das, da stand es bei uns bei besonderen Büchern, besonderen Empfehlungen, wie auch immer und da hat das eine Kollegin mir eben empfohlen und gemeint, dass so, wie es geschrieben ist und so ganz gut ist, aber ich habe reingelesen und ich fand es jetzt nicht so toll, zumindest zu Beginn und dann. Aber dann würde ich es auch sortieren, das ist ja ewig her, als du in der Buchhandlung gearbeitet hast. Ewig. Ich bin ja auch uralt. Das ist ja so fast nicht mehr wahr, so lange ist das her. Ja. So. Sortiert aus. Okay. Das vierte Buch. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Es gibt drei Dinge, die die 18-jährige Sascha sich fest vorgenommen hat. Sie wird in diesem Leben ihre Bestimmung nicht annehmen, sie wird niemanden wegen ihrer Gabe in Gefahr bringen und ihre Seelenmagie tief in sich verschließen. Auf der stürmumtosten Atlantik-Insel Alderney, Alderney, keine Ahnung, ließen sich diese Vorhaben in die Tat umsetzen, aber dann taucht eines Nachts Cedric de Grey auf. Erst rettet er sie vor dem Ertrinken und dann vor einem Seelenjäger, der es auf Saschas kostbare Seele abgesehen hat. Doch diese übt auch auf Cedric einen unwiderstehlichen Reiz aus, denn mit nur einem Splitter davon könnte er ewig leben. Also Nummer 1, es ist ein Fantasy-Roman. Yes. Nummer 2, das ist ein Jugend-Fantasy-Roman, weil die Protokolle nicht in 18 ist. So, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass wir beide so unsere Probleme haben mit Jugend-Fantasy und vom Klappentext her würde ich ja jetzt fast eine Wette eingehen, dass das ein Mara-Wulff-Buch ist. Woher wusstest du das? Ich, weil ich die echt mal gern gelesen habe, die Autorin, und mich an den Klappentext erinnern kann. Ah. Und sie so enttäuscht war, dass sie sich als, ja, reden wir nicht weiter drüber, als so unsympathisch entpuppt hat. Ja, deswegen, nee, Mara-Wulff definitiv aussortiert. Ich habe auch alle meine Mara-Wulff-Bücher aussortiert, teilweise ungelesen, weil, nee, sowas unterstütze ich persönlich, unterstütze sowas nicht. Es ist halt echt, so waren sie schön, Mara-Wulff tausendmal schon. Die Covers sind teilweise wirklich schön. Nicht alle, aber teilweise sind sie echt sehr schön. Das stimmt, ich finde es viele nicht schön. Aber es ist halt Jugendfantasy. Ich meine, wenn wir jetzt mal ausblenden, was für eine Autorin das ist, ohne dass ich jetzt jemanden auf die Füße treten will, um Gottes Willen, aber es ist eben Jugendfantasy. Und wir beide sind jetzt in einem Alter, wo wir uns vielleicht in die heutige Zeit, in die heutige Jugend nicht mehr so reinversetzen können. Das heißt jetzt nicht, dass wir über 50 sind, aber trotzdem merkt man halt, dass wir uns damals mit 18 anders verhalten haben wie die Teenies, die heute 18 sind. Ja. Und man kann dann halt vieles einfach nicht mehr so nachvollziehen. Das fängt bei der Jugendsprache an, das hört, und das geht dann weiter mit Verhaltensmustern, mit und, und, und. Das zieht sich durch wie ein roter Faden. Und ich glaube, dass so Jugendfantasy-Bücher oder allgemein Jugendbücher, dass man da sehr, sehr aufpassen muss, weil die einem schnell nerven können. Ja. Weil man halt auch nicht deren Zielgruppe ist. Ganz ehrlich, Jugendbücher werden für Jugendliche geschrieben, wenn wir ehrlich sind. Ja, wobei man sich ja trotzdem noch dran erfreuen kann, aber, und ich dachte halt, das ist so ein bisschen noch mein letzter Versuch, aber das liegt jetzt auch schon lange genug bei mir, deswegen ist es schon in Ordnung, glaube ich, finde ich, dass das auch gehen darf, weil ich habe reingelesen und dachte mir so, mhm, nee. Gut, und Buch Nummer 5. Ich bin sehr gespannt, ob du draufkommst, welches Buch es ist. Vermutlich. Du kommst drauf. Ich werde nämlich den Namen ersetzen, weil sonst wüsstest du es sowieso. Also, da muss ich sie ersetzen. Und da kannst du nicht behaupten, dass du dir keinen Namen merken kannst. Endlich haben er und sie sich gefunden. Die beiden schweben auf Wolke 7 und sind unglaublich verliebt. Aber schneller, als ihnen lieb ist, holt sie die Realität wieder ein. Zwischen Alltagsstress und Familienproblemen ist er schließlich immer noch der angesagteste Schauspieler Hollywoods und das merkt auch sie, die plötzlich mehr denn je im Rampenlicht steht. Doch ist ihre Liebe wirklich stark genug, dem Druck des Showbusiness standzuhalten? Ah, das ist der zweite Teil von Kinder und Ellen, ne? Richtig. Ich wusste, dass du es errätst, weil allein das, was so drinsteht, glaube ich, kommt man da sehr schnell drauf. Und hätte ich jetzt gesagt, die Namen mit vorgelesen, dann hättest du wohl auch gewusst, dass es Cinder und Ella sind. Ja gut, wenn du jetzt Cinder und Ella mitgelesen hättest, dann wäre ich... Also ich fand Cinder und Ella 1 grandios. Und ich habe mich dann dazu... Also ich habe mich dagegen entschieden, Cinder und Ella 2 zu lesen, weil ich mir dachte, für mich war Cinder und Ella 1 in sich abgeschlossen und ich hatte immer Angst, dass es mir die Story kaputt macht. Ich wollte Cinder und Ella als so besondere Geschichte im Gedächtnis behalten und habe mich dadurch dagegen entschieden, den zweiten Teil zu lesen. Ich weiß aber, dass du da ganz anders tickst, dass du das klar voneinander abgrenzen kannst und selbst wenn dir Cinder und Ella 2 nicht so gefallen würde, wäre für dich Cinder und Ella allgemein trotzdem noch eine tolle Reihe. Von daher würde ich jetzt schon sagen, dass du Cinder und Ella eine Chance geben solltest. Okay. Weil ich habe es ja immer noch nicht weiter gelesen. Seite 42, mitten in irgendeinem Kapitel. Ja gut, solange wie das jetzt her ist, da kannst du wieder von vorne beginnen. Richtig. Und ich habe ja vor zwei Jahren Cinder und Ella 1 gelesen. Vor einem Jahr habe ich Cinder und Ella 1 nochmal gelesen. Ja. Weil ich dachte, dann lese ich das zweite danach. Habe ich auch nicht. Das heißt, das ist auch schon wieder ein Jahr her. Ich werde es sowieso nicht nochmal lesen, also den ersten Teil. Jetzt zumindest nicht. Nee. Also die Geschichte müsste dir nach zweimal lesen nicht so gut drin sein, dass du den zweiten Band auch ohne vor allem nochmal den ersten Band zu lesen. Ja, ist sie schon auch. Aber ich habe nicht so richtig, ich weiß nicht, mich zieht es da gerade nicht so hin. Deswegen denke ich mir warum soll ich es dann wirklich überhaupt noch lesen? Also eigentlich bräuchtest du die Geschichte nicht, weil Cinder und Ella 1 ist in sich abgeschlossen. Ich dachte mir schon von Anfang an, dass da vielleicht Cinder und Ella 2 nur deshalb geschrieben und rausgekommen ist, weil Cinder und Ella 1 halt so ein Erfolg war. Das war ja das Gleiche. Bei Selection, da kamen ja auch die ersten drei Bände raus und die wurden ja voll gehypt und ich habe die ja auch sehr geliebt. Und dann hieß es irgendwann, haja, jetzt kommt noch Band 4 und Band 5 raus. Und ich muss sagen, ich habe Band 4 und 5 im Regal stehen zur Vervollständigung, aber ich habe nur Band 4 einmal kurz angelesen, habe gesagt, nee, geht gar nicht. Und seitdem stehen die im Regal und sind ungelesen. Also die werde ich auch niemals lesen. Man merkt das Geschichten halt immer an, wenn sie abgeschlossen sind und wenn noch irgendwas dazu gedichtet wird, was da eigentlich nicht geplant war von Anfang an. Eigentlich brauchst du es nicht. Aber ich weiß, wie sehr dir Sinder und Ella 1 gefallen hat und wie sehr es dir gefallen könnte, in diese Welt nochmal quasi abzutauchen. Gut, dann werde ich es erstmal noch behalten und noch eine Chance geben. Mal schauen. Ja. Dann dir schon mal vielen Dank und wir hören uns später nochmal. Ja. Bis später. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Zusammen mit Lisas Urteil bin ich jetzt zu dem Schluss gekommen, dass ich folgende Bücher aussitieren werde und zwar von Mia B. Myers Bucket List Zurück ins Leben. Bei mir war das unter Z. Ich habe das ein bisschen geschummelt. Dann von Bianca Josi-Woni Falling Fast, weil es einfach doch einfach nicht so mein Genre ist und ich das nicht so gerne lese, wie sie sagt. Für mich ist das dann zu viel Drama um nichts und bevor ich mich nur ärgere, wird auch das aussitiert. Eva Baronski Manchmal Rot Auch diese Empfehlung einer ehemaligen Kollegin aus dem Buchhandel werde ich aussitieren, denn es ist einfach nicht meins. Es ist nicht meine Geschichte beziehungsweise nicht mein Schreibstil. Ich habe reingelesen und habe gemerkt, so, das das kriegt mich gar nicht und mich sollte ein Buch direkt auf den ersten Seiten oder Zeilen kriegen. Ich habe da ein Stück länger reingelesen, aber nein. Da funkt es nicht zwischen mir und diesem Buch, deswegen darf es einen neuen Besitzer kriegen. Und auch ein Buch, das wahnsinnig schön ist, im Buchschnitt und im Cover tausendmal schon von Mara Wolf. Wie gesagt, absolut optisch wahnsinnig schönes Exemplar. Ich hätte es gerne auch so in mein Regal gestellt, doch das lohnt sich nicht. Wenn ich wenn ich auch so an Acht lasse, dass Lisa einfach kein Mara Wolf Fan ist. Ich habe eine Reihe von Mara Wolf gelesen, die ich sehr geliebt habe. Trotzdem seitdem nie wieder was gelesen und noch einiges hier stehen und genau dieses Exemplar wird jetzt eben auch ausziehen. Was noch nicht ausziehen wird, aber noch eine ja noch eine letzte Chance kriegt, ist Cinder und Ella 2 von Kelly Orem. Wer Cinder und Ella 1 noch nicht kennt, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Egal wie kitschig ihr es zuerst findet, ich fand es grandios am Ende und es konnte mich wirklich kriegen und mein Herz erwärmen wie ein modernes Märchen und es ist wirklich toll, die Geschichte von Ella und Brian. Das heißt, auf dem auf der Challenge Liste stehen noch Cinder und Ella für C von Kelly Orem für den Buchstaben E Ein Leben und eine Nacht von Anne Griffin für das H Hinter dem Mond von Vaischiani ich habe reingelesen und fand es richtig interessant für das J jetzt von Eckhart Tolle Die Kraft der Gegenwart für das K Kapital von John Lancaster auch hier habe ich reingelesen und finde immer noch den Einstieg unwahrscheinlich gut geschrieben für den Buchstaben L Loslassen von Katharina Finke Wie ich die Welt entdeckte und verzichten lernte eine digitale Nomadin für den Buchstaben N Notes on a Nervous Planet von Matt Haig mein absoluter Lieblingsautor der wird nicht aussortiert für den Buchstaben O weil es hier so groß geschrieben ist der Ozean am Ende der Straße von Neil Gaiman dieses Buch werde ich habe ich so für mich grob entschieden vermutlich als Hörbuch hören und mindestens bis ich das Hörbuch beendet habe wird dieses Buch noch bei mir bleiben damit ich eine Erinnerung habe so was nicht fehlen darf noch eine Lieblingsautorin Cecilia Ehren Postscript was ich dir noch sagen möchte das ist quasi der zweite Teil zu PS ich liebe dich ich habe reingelesen und direkt auch ein provisorisches Lesezeichen drin gelassen ich bin total angefixt von dieser Geschichte und möchte sie jetzt direkt lesen deswegen kann es gut sein dass ihr das noch im Mai zu sehen bekommt wenn es gelesen ist Das Kuh Quality Land 2.0 von Marc-Uwe Kling auch das hier ist quasi nur ein Reminder eine Erinnerung dieses Buch denn ich habe den ersten und zweiten Teil als Buch geschenkt gekriegt aber ich höre das Ganze lieber als Hörbuch vom Autor gesprochen Empfehlung Rolle vorwärts von Samuel Koch quasi eher ein bisschen sowas wie Biografie Ratgeber wie auch immer und ich habe auch hier reingelesen und war erst skeptisch und dachte mir vielleicht kann ich es ja doch aussortieren er hat mich doch wieder mit seinen Worten gekriegt er hat so zu Herzen gehende Worte die berühren einfach die nehmen einen mit und ich glaube ich bin überzeugt davon wir können von so jemandem wie Samuel Koch ganz viel lernen für es die Straßensymphonie von Alexandra Fuchs das geht zwar in Richtung Gestaltwandler und Fantasy trotzdem gebe ich dem Ganzen eine Chance und hoffe es wird mich nicht enttäuschen einfach auch weil die Kapitelübersicht Überschriften so gut sind und der Schreibsee bisher mir sehr gut gefallen hat und ich hoffe auch dass mir der Rest gefallen kann das ist quasi noch aus ganz vom Anfang vom Drachenmond Verlag als er noch klein war von Michelle Schrenk und Gabriel Strack unter halbblauem Himmel das U eins ihrer allerersten Bücher oder das allererste ich weiß es gar nicht mehr genau ein neuerdings Lieblingsautor Jiong Misu auch wenn ich jetzt ein Buch von ihm gelesen habe vielleicht morgen ist das Buch das von ihm am längsten bei mir ist bisher und das immer noch ungelesen ist es soll so so toll sein und ich möchte es unbedingt ganz dringend ganz bald entdecken da musste ich auch nicht viel reinlesen beziehungsweise musste ich wieder aufhören denn sonst hätte ich einfach weiter gemacht und nicht mehr geschlafen könnte es sonst auch anhören kann auch eine Option gewesen sein ich werde nochmal in mich gehen und als letztes Buch das jetzt noch bei meiner ABC Challenge dabei ist Yoga an Y von Dominik Grimm Dominik Grimm ist der Begründer der Ecodemy Ecodemy wiederum befasst sich mit der Verbreitung beziehungsweise dem Angebot eines Fernstudiums und zwar zu veganer Ernährung beziehungsweise veganer Ernährungsberater und das mache ich und dieses Buch habe ich schon länger und da verbindet er veganes Leben und Yoga 16 Bücher sind also noch bei mir das finde ich ist ganz gut soweit ein paar sind gelesen ein paar sind aussortiert und 17 mit Sinon LR2 sehe ich gerade 17 und die werde ich dann hoffentlich ganz bald noch lesen und entdecken denn mir hat das wieder gezeigt ich habe total Lust auf diese Bücher und habe sie nur aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen noch nicht zur Hand genommen das heißt schaut doch auch mal bei euch durch und zwar ganz kreuz und quer bei mir waren das ja jetzt Sachbücher Biografien was humorvolles was trauriges was liebesromaniges was gesellschaftskritisches was zu Persönlichkeitsentwicklung was zu einer ganz anderen Kultur ich weiß gar nicht alles mögliche mit dabei und das finde ich ist wahnsinnig schön weil wir dann wieder so ein bisschen einen Blick drauf kriegen okay was möchte ich denn wirklich und habe ich mich nicht in der Zwischenzeit vielleicht schon ein bisschen verändert wie gesagt gerade bei mir mit großem Supp und langer Zeit die schon einfach diese Bücher teilweise bei mir stehen wollte ich das ganz gerne mal machen schreibt mir unten gerne in die Kommentare wie ihr das Ganze fandet und ob ihr Lust habt mich da weiter zu begleiten dass ich noch öfter ein Trial Chapter drehe denn eigentlich habe ich da schon Lust drauf auch wenn es mir immer schwer fällt dann wieder aufzuhören bei den Büchern die mir gefallen oder mich dann auch zu entscheiden aber das Ganze soll ja eben eine Entscheidungshilfe sein um zu gucken welche Bücher mag ich und welche dürfen bleiben welche lese ich überhaupt noch das war es jetzt von mir und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag lest gute Bücher und bleibt gesund Tschüss das war es jetzt von mir schüttet ja das war es jetzt von mir das war es so auch wenn es mir auch schon mal wenn es mir ist mir